Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich So, ich wollte weiter was für die linke Hand tun und lasse jetzt mal die rechte Hand weg für dieses Mal üben und fange mit der linken Hand und der Übung an. Die habe ich nämlich noch nicht mit der linke Hand geübt und lasse nochmal das taktil aus. So, Power ein. Was die für Töne sind, können wir das vielleicht ein bisschen lauter machen. Das ist ein bisschen laut. 8. 1. 4. 5. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 10. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020